Willkommen zurück zu Battlefield Hotline So, weiter geht's hier Ja, ach ne So Erlir ist ja Ahem So, rau mal Nick, sieh dir das an Pastor Tyson Was? Typhel? Warte mal denn hier schönes Kai, sieh mal Tyson war gar nicht hier Das war ein Videochat Fuck Vielleicht ist er noch da Oh fuck Ihr Bullen hat sie hergeführt Nicht wahr? Tut mir leid, die hatten es auf dich abgesehen Hallöchen, Tyson Oh man Das wird ja immer besser Hey, dein Kumpel Tapp ist weg Und deine Leute sind tot Fuck Hey Das sind nicht meine Leute, okay? Ich schenke denen nur manchmal was, klar? Wer will dich umbringen, Tyson? Tja, sowas erfährt man halt normalerweise nicht vorher Sag uns, wo du bist Wir können dir helfen Sorry Da habe ich meine Zweifel Verdammt Oh man ey Wenn wir Tyson nicht kriegen, ist er tot Zentrale hier 13 Wir müssen dringend eine IP-Verbindung nachverfolgen 13 Verfolgung läuft Und wir sind verbunden Brauchen noch ein paar Minuten, 13 Verstanden Also los Die Jungs werden noch eine Weile brauchen dafür Oh, da verpissen wir uns hier Was kommen wir, du schlammer? Wir wissen, was Tyson vorhatte Aber nicht, wo er ist Oh Hm Wir könnten auch geknallt Scheiße Dose Wir müssen hier raus Ach echt? Voll die dicke Party hier, alter Ja, ja, Mensch Hat einer die beiden Bullen? Scheiße, die kommt schon ja nicht voren Die Hände hoch Wir sollen laufen, bevor noch mit Runter mit dir, alter Ah, doch Lüsch, knallig ab, oder wat? Ah Oh, geil Sniper, freu ich heute Halt Halt Hände hoch Ja, ja, kein Problem Verdammte Scheiße Was? Okay, ganz kurz 13 Meldest Schüsse an den Arcola Project Hier wird nicht lange gefackelt, ey Schnauze voll, ey Rennen in die Kiste Rennen in die Kiste Rennen in die Kiste Ich detektet er auch Wir haben die Positionsdaten Danke, ich warte auf die Daten Dann von Tyson weiß nicht, was ihm bevorsteht Ich schicke eine Lufteinheit zu der Position Wir gehen hin, schnappen ihn und hauen an Oh, Mann, ey Das wird ja immer besser Das wird ja immer besser Okay Jetzt geht's los Kloppen wir mal Klop, klop Los, mach hin, Mendoza Durchsuchungsbefehl habt ihr, oder? Ganz ruhig jetzt Scheinst du dich wohl mit deinen Grundrechten auszukennen Wir sind nicht hier, um dich zu verhaften Raus hier, los Ich hol meine Sachen Hey, erklärst du uns bitte mal, was los ist? Ich mach den ganzen Tag nur eins Tabellen ausfüllen Auf der Straße war ich schon ewig nicht mehr Mittlerweile bekämpft jeder jeden Und ich suche mir scheinbar immer die falsche Seite aus Mehr weiß ich nicht Können wir das woanders befreien? Oh, Scheiße Schöne Scheiße Wie schlimm ist es denn? Oh, Mann Pass auf Ich drück die Wunde ab, okay? Okay Ich weiß, ich weiß Halt einfach durch Wir sind nicht wegen dir hier Was die Frösser? Ich bleibe bei dir Leck mich Schnappt euch die Taisen und brach die Kopf rein Komm her, ey da Das war knapp Das war knapp Kais, lass bei mir Oh, kommt der hier Wichser, alter Ich seh, der Schuss muss sitzen hier Oh, Scheiße Oh, Scheiße Kai! Kai! Scheiße! Kai, halt uns! Bamm, Alter Oh, Scheiße Waffe auf den Boden, runter auf den Boden! Hey, wir sind Kopf, wir sind Kopf Sie ist verbunden Ich glaube, es ist die Arterie Du hättest vielleicht verbluten können Hände hoch, sofort! Das ist ja meine Begrüßung Detektiv, wer ist das? Ah, du meinst den? Kennt sich mit Tabellen aus Oh, Mann, Alter, was ist denn hier los, Alter? Oh, Mann, Alter Mach mal gleich mal weiter hier Die sind doch alle krank, Alter Das war Episode 2, Abgang Kai war die letzten Wochen verletzt Außergefecht Und Daves hat nur in seinem Büro gehockt Nachdem der Käpt'n fast schon wieder einen Officer verloren hätte Plant er vorsichtig sein weiteres Vorgehen Vorgehen Episode 2 Von 10 Da wird noch Einheit auf uns zukommen Sonst ist das Spiel eigentlich ganz witzig, sag ich mal. Kommt zwar nicht an das alte Battle 4 dran, aber so eh mal Single-Pair durchspüren oder zweimal. Es wird voll in Ordnung. So, dann wollen wir mal weitermachen. Scheiße. Ja, verstehe, verstehe. Es gibt zwei neue Leichen vor Manatee Bay. Benutzt sie doch als Bojen. Mendoza? Hast du ne Sekunde, bitte? Na klar, immer doch. Oh, aufgepasst, alle Mann. Nachwuchsdetektiv in Eile. Fick dich, Bullenschwein. Kai. Detektiv Dao ist wieder im Einsatz. Ihr Arzt war zwar dagegen, aber ich nicht. Bist du okay? Sport fällt flach, aber mir geht's gut. Das Koks, das du mit Stonard gesichert hast, kommt aus Kolumbien. Und zwar mit dem Boot. Das hatten wir lange nicht. Normalerweise kommt alles über Mexiko. Was hat Tyson Latchford denn dazu gesagt? Mr. Latchford hat, wie sich rausstellte, einen sehr guten Anwalt. Hier. Das ist Lee Ray, alias Stingray. Kartellgroßhändler. Hat mich gestern angerufen. Hat angeblich Infos zum Drogenkrieg, der gerade in Miami tobt. Wir müssen Leo herbringen. Aber unauffällig. Nur wir drei dürfen davon wissen. Hier drinnen ist er eventuell genauso in Gefahr wie auf der Straße. Verstanden? Ja, Sir. Na klar. Gut. Dann mach's hin. Immer doch. Boah, geil, ey. Und, hat DOS recht? Gibt's bei uns Verräter? Wenn DOS besorgt ist, sollten wir's auch sein. Auch. Hey. Alles okay? Na klar, geht's mir gut. Alles gut. Kopf, du Kugel. Drinnen gehabt. Boah, hab's noch drinnen? Verrückte Kopf, das. Kapier ich nicht. Ach echt? Wirklich? Ja, scheiß Arbeitszeiten und der Lohn erst. Ja, aber sonst ist doch alles toll, oder? Na, das wird ja jetzt lustig, ey. Lustig und geil. Und ne Ballerei. Haha. Wach und Willio? Blöde Idee. Wer ist das? Der wollte mit mir in den Zoo. Wollte ne bedrohte Tierart sehen. Haha. Ja, ist das denn zu fassen? Ich wollte DOS sprechen. Und DOS schickt uns. Wenn mein Handy das nächste Mal klingelt, dann will ich, dass DOS dran ist und mir sagt, wann und wo wir uns unterhalten können. Ich will keine albernen Witzfiguren wie euch. Ich will echten Schutz. Ich verpass mein Spiel. Gehen wir. Die kannst du mir geben. Hey, Finger weg. Hey, super. Man sagt, du hast Tyson Letchford erledigt. Beeindruckende Nummer. Mit wem haben wir es denn zu tun? Spar dir das für DOS. Was? Also, was sollen wir machen? Sagt eurem Boss, ich hab alles vorbereitet und ihr habt es versaut. Gib mir die Tasche, Leo. Sonst knall ich ihn ab. Leo, verdammt! Hey, schenk uns! Oh Mann, wir sind hier in den USA. Oh Mann, wir sind hier in den USA. Oh Mann, wir sind hier in den USA. Boah, Alter. Das war heftig. Ich weiß nicht, was Leo getan hat. Ich lasse ihn hoch. Oh Mann, Alter. Oh Mann, Alter, viele kommen hier. Oh Mann, du Sau. Ey, dräng mich schon nicht weg du Schlampe, ey Hier ist noch einer Du hau es nicht ab Ich will doch nur helfen Boah ey Dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal stoppen und sehen wir uns den nächsten Fahrt wieder Dann würde ich die Schrumke bei der Tauch da rein, bis dann